Wie dein Umfeld damals war, weil man hört ja auch immer in Podcasts oder auch in Büchern Leute, die sich, also ich habe mich auch damals mit Persönlichkeitsentwicklung viel beschäftigt und da hieß es immer direkt am Anfang, ja, achte auf dein Umfeld, achte auf dein Netzwerk. Wie war denn dein Umfeld ganz am Anfang, so in der Jugend? Also mein Leben in der Jugend war Fußball, das heißt mein Umfeld waren meine Spielkollegen, meine Kameraden und mit denen hast du halt zusammengegangen und das waren halt eigentlich oft sozial schwache Leute, die aber alle einen Traum hatten. Also ich kenne das gar nicht anders, als nicht eine Vision zu haben. Damals war es halt Fußballprofi zu werden und das war so mein Umfeld. Wir haben alle für einen Traum gekämpft und das ist bis heute auch erhalten geblieben. Deswegen bereue ich auch nicht die Zeit und den Ärger, die Tränen, das Blut, den Schweiß, den ich in diesen Fußball investiert habe. Da kriege ich oft die Frage gestellt, ja Robin, hat es sich jetzt am Ende gelohnt, dass du deine Jugend aufgegeben hast? Ich sage heute ganz klar ja, weil das mich zu dem Menschen gemacht hat, der ich heute bin, von den ganzen Charaktereigenschaften etc.